Mietvertrag und Dokumente Mit Friedrich, dem Online-Service der Wohnbau Prenzlau, haben Sie all Ihre Dokumente zu Ihrer Wohnung immer und überall griffbereit. Melden Sie sich online unter www.friedrich-wohnt-online.de oder per App mit Ihrer E-Mail-Adresse und Ihrem Kennwort an. Ihren Mietvertrag finden Sie unter dem Menüpunkt Wohnen. Hier sind all Ihre Dokumente zur Wohnung, nützliche Hinweise und Tipps sowie das Mietermagazin Stadtgespräch aufgelistet. Wenn Sie nach unten zur Kategorie MI-Mietvertrag scrollen, können Sie sich mit einem Klick auf den Dokumentennamen die Datei ansehen. Oder Sie nutzen die Suchfunktion, um schnellstmöglich das gewünschte Dokument zu finden. Klicken Sie dazu einfach auf die Lupe oben rechts und geben Sie einen Suchbegriff ein. Ihre wichtigsten Vertragsdaten finden Sie außerdem unter Mein Vertrag aufgelistet. Ähnlich ist es in der Web-Version. Unter www.friedrich-wohnt-online.de können Sie Ihre wichtigsten Vertragsinformationen unter dem Menüpunkt Verträge einsehen. Ihr kompletter Mietvertrag, Ihre zukünftigen Betriebskostenabrechnungen und nützliche Informationsblätter sind im Menü unter Dokumente für Sie hinterlegt. Nutzen Sie auch hier die Suchfunktion und Filtermöglichkeiten, um das gewünschte Dokument schnell zu finden. Wird ein neues Dokument für Sie hinterlegt, erhalten Sie automatisch eine Benachrichtigung per E-Mail. So haben Sie Ihre Dokumente immer im Blick und überall dabei. Probieren Sie es aus und entdecken Sie mit Friedrich die Vorteile des Online-Services der Wohnbau Prenzlau.